ja hier wieder beim quali und zu einer neuen runde baldos g3 ich hab ein bisschen was umgestellt ich hab zum beispiel hier meinen ton hoffentlich ein bisschen besser gemacht ein bisschen rausch unterdrückung nicht dass er den ventilator nicht immer so laut hören müsste mit der rund mal schauen ja und ich habe festgestellt wir wollten ihn ja hier skillen dass er uns hier den bewegungszauber hier geben kann aber den hat er gar nicht wir haben ihn ja gemulticlast dafür das geht jetzt natürlich nicht mehr aber wir haben ja bald ein level up dann machen wir das wieder und so lange müssen wir halt irgendwie damit auskommen und ich habe ein bisschen mit shadowhard reden geredet aus versehen das wurde dann doch ein bisschen länger die mark uns jetzt ziemlich glaube ich durch so der eindruck aber ansonsten alles paletti und wir können weitermachen und einmal hier den tag beenden aier 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 Ich bin nur in der Zeit gekommen. Du bist transformierend. Ich kenne euch doch. Ja, du hast. Ich habe dich vorhin geschaut. Und ich bin hier, um dich wieder zu retten zu retten. Keine Angst. Du wirst nicht ein Mindflayer werden. Nicht während ich hier bin. Ich werde dich beschützen. Das war nicht. Wir haben nicht viel Zeit, also listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Fancy. The fight for the fate of the world. A fight we are losing. I will keep it from consuming you. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. This view. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. The enemy is closing in. I will be back. The enemy is closing in. How does it make you cry? Ich finde ja diese Meditationspose beim Schlafen immer ein bisschen so weird. Ob sie da irgendwie keine bessere Animation gefunden haben für Leute liebt schlafen? Das einfach so hingemacht. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Guck mal hier, will ich mal mit uns reden. Und, wie hast du dir gefällt? Ähm. Jetzt haben die schon hier, oh ja, er hat was rausgekriegt. Mal gucken. Warum vertraue ich dem nicht so? Ja. Ja. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a heartstring. Oh bother! There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Na gut. Volo carefully withdraws the needle from your eye, then reaching into his bag. He produces an ice pick. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now! Don't move! Cold metal presses against the skin beneath your brow. and then tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the lighter on the run! I agree. It's a feisty critter. Just a little further! Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Ups! Trash! He pauses, looks down at your eye and recoils slightly, as it sinks into the mud. Let's play! So that was that was with the lets play, right? A nice ending! No! Ja, das stimmt. Und da verschwindet er und ich kann jetzt unsichtbares sehen. Gut, dass ich wusste, wie das ausgeht. Ich frage mich echt, wie viel Leute das durchziehen. Angst davor. So, hier müssen wir das nochmal auf ihn drauf zaubern hier. So, dann schmeißen wir ihn wieder aus der Gruppe. Und dann nehmen wir... So, holen wir Karlaq also in die Gruppe, weil es mit Request ja noch weitergekommen hat. Ja, ich hatte auch so eintritt. Ähm... Ja... Ja, ja, ja. Ähm... Und das bringt mich dazu, dass wir das mal angehen können hier. Wir können nämlich jetzt hier... Parasiten essen oder so ähnlich, um stärker zu werden. Hm? Open your mind to it. You already know how. Your mind swells as it subsumes everything that Tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Genau, und jetzt haben wir hier oben nämlich nochmal extra Dinge. Und hier gibt es nämlich zum Beispiel, ähm... Neue Kräfte. Also neue Fähigkeiten, die wir machen können. Ich nehme einmal ganz gerne den hier. Passives Merkmal. Also passiv, der erste Angriffswurf, äh, kriegt einen Bonus. Und dann... Das ist super cool. Beim erfolgreichen Angriffswurf gegen den Gegner wird er automatisch zum Trick geritt. Sehr geil. So, und das ist auch passiv. Ähm... Hier... Ein Gegner, der mich angreift, wird davon abgehalten, mich anzugreifen. So, und den Rest spare ich erstmal. Ich kann das übrigens bei den Gefährten auch machen. Boah, das lasse ich auch erstmal. So. Und, ähm... Wir haben uns ja hier entschieden, beim letzten Mal, dass wir... Also beim Stufe 4 Aufstieg, dass wir hier plus 2 in Stärke gehauen haben. Das lasse ich auch so. Und, ähm... Die Frage ist, gehen wir beim nächsten Stufenaufstieg... Es gibt ja nur noch einen, was das angeht. Gehen wir auf Stärke 20? Oder gehen wir auf... Ähm... So. Das wär schon ganz gut. Zehn extra Schaden, aber wir treffen generell schlechter. Ähm... Quest-Items rein. Das können wir an Astarion schicken. So. Quest-Item. So. Und hier unten können wir die ganzen Schrift rollen. Mal hinten. Einfach mal ein bisschen aufrollen. Ne? So. Eiltränke. Andere Tränke. Und... Zeug. So. So. Ist noch ein Trank. So. So. Ja. Also ich lasse es jetzt erstmal so. Und wir gehen dann mal... zu Shadowheart und fragen mal ob sie auch geträumt hat. Zwei sogar. Zwei sogar. Und was liegt am Ende dieser Weg? Ich habe nie erwartet, Ceramorfosis zu bemerken. Ich denke, wir sollten diese Macht resistieren. Es sind einfach zu viele Unwahrungen für uns, um es zu riskieren. Ich bin gut und überzeugen. Äh... Nicht. Oh, ich hab früher. Philippe verschläge, ¡ich hab lange her Covid-19 Plan und zu intensivieren im letzten Jahrhalle! Ja... Ich hab jetzt einen Punkt closed... Okay. Werden wir die Erwartigen. Ich hoffe, dass wir nie wiedertäuschst. Danke. Scholen? Wer weiß, Drow, Mindflayers, Death? Hoffentlich nicht unsere. Aber vielleicht Antworten. Wenn wir die richtige Leute sagen können. Ich will den einfachen Paar. Das kriegen wir schon hin, ne? Wir nehmen Geld und möchten jetzt nicht noch mal quatschen. Wir gehen jetzt mal in die Umgebung des Maragteins und gucken mal, ob wir heißen. Finden. Ach guck mal, da will Starry noch mal mit uns reden. Ja, jetzt fangen die alle an hier und wollen auch einen. Ähm. Ähm. Vielleicht ein andermal. Also ich bin mir da noch nicht sicher. Also ist auf jeden Fall so, so ein Garantie-Kritt ist er für jeden gut, ne? Gerade Astarion macht ja schon mit seinen Sachen bei uns echt schon. Das ist ja der Damage-Dealer Nummer 2 neben Quali. Na? Auf! Caesar, öffne dich! Und so. Sprich, Freundin tritt ein oder so ähnlich. Ach guck mal. Ja. Ich glaube, er hat nur einen Apfel. So. Aber wir können ihm hier ein bisschen... Ah, der hat auch kein Geld. Ne. Danke. Es ist nicht genug. Aber es ist alles, was wir haben. Halsin wird sicherlich auch zu bedanken. Er hat nur noch ein bisschen zurückgekehrt. Ich glaube, dass er mit Korgern kommt. Er ist hier, sehr gut. Oh, das ist okay. Das ist okay. So. Stay near the center of the group, alright? No wandering off. You do good work. If you can handle more than goblins, might be I'll have use of you in Baldur's Gate. Always a deal to be done. Even now. So. Der hat nämlich Knete. Und dachte auch immer was tolles. Elixir des Heldenmuts. Zerbersten. Er hat Geld. Das reicht. Zerbersten. Liebens. Vierty. Ich habe ein paar Seiten. Zerberste mehr. Tum. Das ist eigentlich eine Voranz. Einiger aufzummel. Aufzummel! So, hier Alistarion hat auch noch Zeug, gucken wieviel wir hinkriegen. Wir haben hier zu verkaufen. 98 hat er noch. Ich ne, das ist zu viel. Sechs. So, die 2 Gold kannst du behalten. Naja, komm ich hin, hoffentlich. Holzkiste, leer. Ja. Auch leer. Nehme ich. Hier können wir noch ein bisschen Knete machen. So, hier du hast noch Zeug zu verkaufen. Schaufel, das da, das da, das da, das da, das da. So, das behalten wir mal alles hier. Das können wir wegtun. So. Den würde ich gern mitnehmen. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Hm. Jetzt noch ein Heiltränke. Hast du. Schocken. Sehr gut. Schockenpanzer. Schwere Arm, Brust. Er hat auch echt Knete, ne? Weil wir eben ständig hier was Zeug abgekauft haben. So. May you keep balance. Hm. Einmal Stapel teilen. Es lager. Es lager. Es lager. Es lager. Es lager. Es geht ins Lager. So der hat jetzt hier plus 1 auf Heimlichkeitswürfe. Das kriegt man hier auch ein Vorteil bei Konstitutionswürfen außer D. Also tauschen wir das, ne? Kann ich sagen. Jetzt können wir das mal ins Lager senden tun. Das können wir mal hier dran machen. Warum das auch nicht automatisch ist, weiß kein Mensch. Das können wir hier rüber. Das geht in den Rucksack. Sieht schon ganz gut aus, ne? Leichte Einbrust ist schon gut. So. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir den Schmied noch... Ja, er ist noch da. Okay, was jetzt? Nein, hier sollst du hin. How much further can I go? Ist ja manchmal nicht so einfach, ne? Hier, Aschidspeak ab. Ich glaube, dass ich ein Infernion hier sensed. Aber du bist von Elterell. Was ist deine Geschichte? Ich habe ein guter Zeit in den Hellen. Ich habe mich gegen meine Willen von der Archdevil, Zariel. Ich glaube, dass du von Elterell bist, wenn du von Elterell bist. Die Devils waren froh, als deine Stadt war geflogen. Ich glaube, sie hatten dich für Keeps. Ich bin froh, dass du rauskriegst. Ich bin froh. Es sieht, dass du auch gemacht hast. Und... Du hast ein Infernal-Machiner mit dir gebracht. Ein kleines Zartes von Zariel. Das tut mich sehr heiß. Sehr heiß. Vielleicht ein Pistin-Ring. Oder ein Öl. Mind, wenn ich eine Verzüge? Sei mein Lieber. Aber nicht zu nahe, oder deine Augen schlafen werden. Du... Du wirklich bist. Wer hat diese Fahrt zusammengelegt, hat sich die Metallurgische Devils in eine Ragnachs-Allo-Kasemann. Das ist sehr gefährlich. Ich könnte mir helfen. Ich brauche Infernal-Iron. Und ich wünsche mir mein Hammer, dass wir die Arbeit überleben können. Das Ding ist nicht zu sein, außerhalb der Ernest. Ich bin nicht sicher, wie lange es weitergeht, wie es geht. Kannst du den Temperaturen ein bisschen aufbauen? Ich bin froh, ich bin froh, dass ich in eine Handshake und schlafen jemanden aus. Ich würde mich überleben, die Nacht zuerst. Aber Hilfe einer, Hilfe zwei. Wenn wir dich aufbauen können, wird es stabilisieren, und es wird dich aufbauen. Und es wird dich aufbauen, jemanden Sie bitte. Hey, Soldat. Ich glaube, wir haben schon etwas von diesem Infernal-Iron. Ja, mehr als genug. Ich würde ihn geben. Moment. Bitte, lass das funktionieren. Der Kraft der es. Und der Schmerz des Chaos. Ich kann nicht vorstellen, wo mein Herz sollte sein. Es muss sich ziemlich die Erfahrung sein. Gib mir nur ein Moment. Und ich denke... Da. Du musst ihn installieren, ich bin froh. Ich glaube, dass es nicht so groß sind, in all den Regeln zu retten, von diesem Schmerz. Das fühlt sich... gut. Ich werde noch so heißen, aber ich fühle mich weniger... ...machbar. Tschüss, Mann. Für mich. Und für das Hecht, ich habe keine Lösung jetzt. Aber ich werde nicht aufbauen. Es könnte sein, wenn die Schmerz des Chemnischen wenn die Schmerz des Chemnischen oder, wenn wir eine Art von Schmerz des Chemnischen Find mich wieder in Boulders Gate. Wenn ich mein Geld habe, dann werde ich herausfinden. Take care, Karlak. Und hoffentlich, die nächsten Mal, ich werde dich haben, ich werde etwas zu informieren. Pocket, any, Infernal-Iron, du findest. Hm? Was? Was? Wir sind vielleicht hin, oder? Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Nein, nicht wirklich. Ich bin gerade aufgewacht. So, aber wir müssen noch gucken, ob wir noch Handlinge haben. Ja. Ich wünsche, ich hätte besser. Aber das ist alles, was ich habe. Ja. Hm. Ja. 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 Er hat nichts Tolles mehr. Alles schon abgekauft. Gut. Ja. 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 Ja, reicht so ein einfaches Gift. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist noch ein Dolch plus eins. Aber den haben wir eigentlich auch gerade schon. Hier ist noch eine Hand an Brust. Die gönnen wir uns noch. Ja. Der Dolch ist genau dieselben, die wir schon haben. Zwei-Hand-Axt. Ein großer Knüppel. Tja, ich würde... Ich würde ja fast sagen, wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier zusammen kriegen. Wir haben ja genug Geld, also von daher kein Ding. So, dann hat er nämlich zwei magische. Die geben wir allerdings nicht aus der Hand. Und... Möge Tamora's Glück deinen Weg. Was jetzt? Genau. Einmal ans Lager senden. Vielleicht können wir die noch für irgendwen gebrauchen. So, und dann gehen wir mal zum Tal 10, würde ich sagen. Ja, bitte. 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 Oh, die Gehässigkeit spricht aus ihrem Gesicht. Ähm... Er war zu milde. Spilled blood will not write bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your death. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. The journey to Moonrise Towers. And all the dangers that that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest. Celebrate. Come morning, I'll be by your side. Banished. Then banish me. Peace. Enjoy it while it lasts. Die ist mal richtig angepisst. Könnte sein. Better not be curved. Yes, Wrath. You done it. You brought Hal Sin back. Thank you. I'm just coming. No. Thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. I am happy that he is safe. As am I. The grove will be whole again. And I promised you a reward. Didn't I? Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Okay. The wolf focuses on you. Calmed in your presence. You did this grove a great favor. Now leave the rest to us. Peace is returning to the grove. We have you to thank for that. Mm-hmm. Okay. Okay. Let's see. The guy had a soundtrack. I would like that. I already would like that. And that's good. I would like that too. gerne. Tierfreundschaft, gute B. Was geben wir hier denn dafür? Äh, hier sowas haben wir noch. Und ein bisschen Knete. Ja, schön. Ja, schön. Ha! Look, I'm sorry. I didn't know what to do when you told me about that tadpole. I don't know if I can ever restore Sylvanas' peace to this place, but I'll have the chance, thanks to you. Wing's still a little stiff, but I'm getting stronger. Das ist doch schön. Ja, ja, war ein Verklicker. Tut mir leid. So. Ist hier irgendwas noch, was ich mitnehmen darf? Wahrscheinlich. So, wo ist die Bibliothek? Ich bin ein Verklicker. Ich bin ein Verklicker. Ich bin ein Verklicker. Das ist ein Verklicker. Ja, das kann ich nicht. Das könnte es auch gut sein. Ja, das ist wichtig. Hm? Ding! Loing! Boom! Ah, jetzt bin ich aufgestiegen! Außer Eduard! So... Hier ist jetzt die tolle Druid-Vault mit meinem... meinem Geschenk drin Kummer Kummer, was kann die denn? Kann eigentlich nix. Laufenversorgung plus eins. Und schmerzhaften Peitschnie. Ist... Das ist nix mega krass Gutes. Resistenz gegen keltische. Auch ganz in Ordnung. Gibt... Tollere Pfeilers. Ein bisschen verwöhnt, ne? Let's have a look. Hmm... Are we talking? Gut. So... Wie viel ist es denn noch für Shredding Park? 60. Oh, das ist wiedermäßig. Ohne, go! Bestes get going. Can't slow down. Ihr seid für dich noch mitnehmen da. So, here we go. Es hat anscheinend Questrelevanz, das Ding, aber ich weiß nicht, warum. Ich pack's mal zusammen mit dem ganzen anderen Rest in den Rucksack. Und warum ist das nicht bei meinen Alchemie Sachen? Niemand weiß es. So. 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 Hier ist wieder der komische Ochse. Zapfe Discussion. Mal mit ihm reden können. Komm mal nicht. Baldur's Gate, wir kommen. Hm? Hier ist es. Remember, stay near the center of the doorbell, right? God, it seems we might actually make it to the city now. Well, I hope the neighbors are a bit more welcoming. Ich glaube ja nicht. Aber ich lachs lieber nicht. Wir haben es geschafft. Time, everyone. Let's go. Oh, es läuft noch der Ding ins Land. Okay, okay, okay. Dann einmal gespeichert und zurück ins Lager. So, und wie die große Party mit den Tieflingen aussieht, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ich glaube, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.